Ich kann nicht schwimmen, ne? Nehme ich mal so ganz stark an, ich kann nicht schwimmen. Ach, da mal gucken. Gehen wir hier lang. Noch ne Kiste. Ah, davon bräuchte ich gar nichts. Oh, nein. Ich brauch dafür den Schlüssel. Den Schlüssel. Du hast vor allem keinen Platz mehr mit dir da, ich weiß. Aber die Stoney Hennen, die nehm ich mit. Weil die... Die ist doch steinig. Ich mag steinige Hennen. Warum auch immer. So, auf geht's zurück. Oh, Riesen-Eko. Hallo. Du willst was essen? Ah, aber anscheinend keine... Karotten. Was futterst du denn so? Hä? Oh. Wo ist die hin? Egal. Ach, die futtert wahrscheinlich Hennen, ne? Nein. Jetzt hast du die gefreist, du Sau. Du kriegst den Schlüssel von dem riesigen pinken Smiley. Also Slime. Das dachte ich mir schon. Dass ich die Schlüssel irgendwie von den Viechern bekomme. Äh. Die muss ich dir ganz viel zur Forstin geben, ne? Ja, ja. So sieht das aus. Aber bitte, äh... Auch wenn das lieb gemeint ist, nicht zu viel vorwegnehmen. Ich möchte das Spiel ja selbst erkunden. Ich möchte das Spiel ja selbst erkunden. Auch wenn's nett gemeint ist. Ach, guck mal. Oh. Hier, für euch. Genießt das Fresschen. So, da sind wir wieder bei uns in der Farm. Oder links. Keine Ahnung. Und erstmal den Plot verkaufen. Plupp, 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 plupp. Wie, der Preis ist gesunken. Alter, blau ist gestiegen. Hm. Hm, hm, hm. Da, noch ne Stonie hin für euch. Ihr habt alle Hunger, was? Da. Damen, Leute! Ich will deinen Plot haben. Langsam wird's gefährlich hier. Das ist cool mit dem Angebot und Nachfrage. Ja. Das ist sehr cool. Plupp. Plupp, 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 plupp. Jetzt hab ich fast nur noch große Viecher. Au! Ach, Leute. Da hinten. Geh mal weg. Plupp. Da hat noch jemand die Korte genommen. Ey, ey, ey. Wieso bist du in Freiheit? Wieso? Ach, geh zurück zu deinen Freunden. Äh, da ist jemand getimertet worden. Äh, da ist jemand getimertet worden. Warum auch immer, mir egal. Der muss wahrscheinlich was Falsches gemacht haben. Weil ich kenne ja meine Mods. Die sind gut. So. Und jetzt soll ich mit diesem automatischen Plot Collector... Äh, da. Verge. Perfekt. Jetzt haben wir hier diesen Plot Collector. Ah, und wie viele Hühnchen wir schon haben. Ich glaube, ich nehme mal zwei mit. Und werfe die hier rein. Da! Genauso ist das hier. So muss das laufen. So. Auf geht's. Wie gesagt, Gratis-Plot immer schön mitnehmen. Und dann gucken wir mal. Eigentlich war das dumm. Wir hätten eigentlich zwei Paaren müssen, die, äh... vom, vom Preislichten ergiebischer sind, als... die Pinken... Auch wenn die Pinken niedlich sind. Ah ja. Na ja. Was soll's? Diese Musik ist so schön freundlich einfach. Das kommt wohl noch da hinten. Das kommt wohl noch. Ganz viel Plot. Wie auch immer du hier hingekommen bist. Hier gibt's keine anderen Blauen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Du kleiner Fratz, du wolltest mich anreimpeln, was? Da wollte er mich anreimpeln. Habt ihr das gesehen? Da wollte er mich anreimpeln. Ach, ja. Ihr Plorts. Yo. Okay. Ah, ich hab schon zu viel davon. Äh. Flup, flup. Jetzt hab ich auch Bock auf das Game. Das ist süß, ne? Das Spiel. Oh nein. Verdammt, ich kann's das nicht aufhalten. Äh. Wie weit die fliegen können. Ist ja unglaublich. Da. Friss ne Neko. Wo ist er? Hier. Komm, ich bring dich mal wieder zu den anderen. Ach, wie sücht er mich angrinst. Cookie. So. Ich will ein paar Neko, also ein paar Tabby Slimes mitnehmen. Die brauchen wir nämlich noch in... Ey, in... Ey. Ich glitsche fest in unserer Sammlung. Cheap, cheap. Aber keine Tabby Slimes. Hm. Und ich mag die Musik. Die ist schön anges... Also schön entspannt und ruhig und... Ja, ist ne schöne Welt hier. Was ist das für ein Kristallding? Ob ich das kaputt machen kann? Das ist natürlich auch... Äh. Ja. Komm mal mit. Ich will mal versuchen, ob ich mit dir... Das kaputt machen kann. Nö. Okay. Kann ich nicht. Aber hier ist noch ne Kiste. Mit einer Karte und einer Bier drin. Wir gehen hinten da. Hinten bei den grauen Steinen. Musst du mal... Hoch. Wie? Wo? Was? Wo muss ich noch hoch? Hallöchen. Super Pikachu. Bei welchen grauen Steinen muss ich noch hoch? Hier? Kann ich hier hoch? Oh. Tatsächlich. Ich kann hier hoch. Ah. Die Frage ist, was bringt mir das? Wenn ich hier oben bin. Das ist jetzt die Frage der Fragen, ne? Jetzt bin ich hier. Hinten ist ne Küste? Ich will die Küste haben. Ah. Verdammt. Wieder ne Staunenhimmel. Die sind wichtig. Wichtig sind die. Ich bin auf nem Baum, glaub ich. Ah. So, was gibt's denn jetzt hier? Wir gehen mal zurück. Mit unserer Ausbeute. Und da kommen die Kleinen, die nur bei Nacht rauskommen. Die sind auch niedlich. Die leuchten. Die leuchten so schön. Das ist für euch. Und das ist für euch. Und du kommst dahin. Wow. Ich wollte dich da nicht rauskicken. Es tut mir leid. Plupp. Plupp, sagte ich. Leider gibt es noch. Gerade noch. 44,7 GB Videos hoch. Okay. Viel Spaß dabei. Ganz viel Plot. Und wir schlafen wieder bis zum nächsten Tag. Haben wir ne neue Mail? Jo. Ja, die Farfa Wange. Ja. Ist okay. Sleep. Dieser Slime-Plüschi da hinten. Yay. What the heck? Geh weg. Nein. Was zum... Geh weg. Ist da noch einer? Jo. Was fällt dir ein, du kleiner Spacko? Stirb. Meine armen kleinen Tabby-Dinger. Wo... Ich denke mal... Oh nein. Mein Tabby-Dinger ist tot. Ich hatte doch nur eins. Wie gemein. Oh, meinen Hennen geht's noch gut. Ja, denen geht's gut. Hm. Ja, Pikachu und Raichu sollten eine Mega-Entwicklung kriegen. Da bin ich auch für. Aber dann eher Pikachu als Raichu. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Wie in die Tirewalls ein bigger Käfig. Was ich eher brauche ist... Ähm... Das Ernest. Ernet. Aber das kostet auch so viel, ne? Dafür brauche ich noch erstmal ein bisschen Plort. Kann ich ein paar Hennen bären? Ich glaube, ja, ne? Nehmen wir mal wieder zwei. Und das ist quasi der Sinn des Spiels. Man baut sich so seine kleine Farm auf. Oh, guck mal. Wir können hier... Wir brauchen 18 Tabbys. Und zwei Rooster. Und kriegen dafür... Tabby-Port und... Ah, ne, das lohnt sich gar nicht. Das lohnt sich nicht für uns. Nö, nö. Das lohnt sich überhaupt nicht für uns. Aber hier liegt wieder ganz viel Plort rum. Geh weg, Pink-Schleim. Dich brauche ich doch gar nicht. Oh nein. Da sind noch mehr Karotten. So. Das ist ganz schön, dass wir hier alles in der Gegend haben. Kann man übrigens auch noch machen. Eine eigene Farm aufbauen, wo Karotten gemacht werden. Also so... Ich glaube, ihr habt Hunger, oder? Nehmt das mal zu euch. Oh, den Port wollte ich da nicht drin werfen. Aber okay. Wow. Sprünge doch nicht einfach aus dem Käfig raus. Bist du denn das Wahnsinns, Junge? Und noch einer. Da, da, da. Bist du denn wahnsinnig? Da. Viel Spaß. Jetzt liegt hier überall Plort rum wegen euch. Überall. Ich würde mal blaues Slimes reintun und Tarosane raustun. Ähm. Eigentlich würde ich sagen, ja. Aber wir haben hier schon die Kreuzung zwischen beiden, sozusagen. Ähm. Das bedeutet, wir kriegen...